Herzlich willkommen bei Cine macht Auge. Ja, wir müssen mal wieder ein bisschen diskutieren. Ich habe wieder was auf Instagram gesehen und das hat so viele Gedankengänge bei mir ausgelöst, die muss ich einfach mit euch teilen. Diesmal ist es ein Posting von Cosmo. Cosmo gehört zu WDR. Also WDR Cosmo, ein Radiosender, den habe ich früher eigentlich ganz gerne gehört. Hatte auch so immer internationale Musik dabei. Und WDR Cosmo ist aber voll auf dem intersektional W-Wort-Trip. Das kann man nicht anders formulieren. Und wir sehen hier, hier wird die M-Straße umbenannt, hier nicht. Ja, und wir sehen, die M-Straße wird nur in Berlin und Köln umbenannt und in diesen Orten nicht. Rot, schlecht, grün, gut. Und ich frage mich, was zur Hölle ist die M-Straße? Ich habe das wirklich mir angeguckt und ich habe so gedacht, hä? Was? Milchstraße? Was? Die Milchstraße wird umbenannt? Warum? Weil nicht vegan oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe es wirklich. Jetzt werden manche vielleicht sagen, bist du blöd, Cine? Ja, vielleicht, vielleicht bin ich blöd. Ich weiß es nicht. Ich konnte damit nichts anfangen. So, wir gucken weiter. Das Posting wird, finde ich hier noch spannend. Und ja, ich mache das gerne jetzt das Ganze so im Detail aufdröseln. Ich habe in einem Kommentar gelesen, das wäre eine ganz perfide Technik von mir, so Postings im Detail zu analysieren. Weil ich dann dadurch da irgendwie den Gesamtkontext ausblenden würde und dann auf, weiß ich nicht, auf ganz, ganz böse Sachen hinaus will. Und ich denke mir so, hey, wieso? Also, das haben wir damals in der Schule gelernt. Ja, Gedichtinterpretation oder im Deutschunterricht irgendwas interpretieren. Und dann analysieren, vielleicht auch mehr drin sehen, als vielleicht ist. Und dann diskutieren wir darüber. Also ich finde daran gar nichts schlimm. Gut finde ich hier die Formulierung. Es steht, deshalb sind Umbenennungen wichtig. So, warum triggert mich das? Weil natürlich es gar nicht zur Debatte gestellt wird, sondern es wird uns erklärt, warum das wichtig ist. Man könnte ja auch, wenn man es neutraler formulieren wollen würde, könnte man sagen, das spricht für eine Umbenennung, das spricht gegen eine Umbenennung. Das wäre für mich so, dann hätte jeder so die Option zu sagen, oh ja, die Argumente überzeugen mich oder nicht. Aber nein, wir gehen schon mal mit, wir setzen sozusagen in den Anker. Es ist klar, dass es wichtig ist. Und jetzt fehlt eigentlich uns nur noch die Begründung, warum es wichtig ist. Okay, dann hören wir mal rein. Der Straßenname, den wir im Übrigen immer noch nicht kennen, wir wissen nur die M-Straße. Der Straßenname steht für ein rassistisches Menschenbild. Die Verwendung im Stadtbild sät ein Nährboden für rassistische Gewalt. Denn es sendet an alle das Signal, dass wir als Gesellschaft der Dehumanisierung von schwarzen Menschen zustimmen. Das sagt Desiree James, Teil des D-Mask-Kollektivs und Mitglied im Expert-Innen-Gremium Postkoloniales Erbe Köln. Und ich dachte erst so, was ist das? Das heißt Gehirnfick, ist aber eher mild. Also, es tut mir leid. Okay, der kleine Clip jetzt für Zwischendurch war ein Joke, ja. Aber ganz ehrlich, das ist für mich Schwurbel. Warum? Also alles, was hier steht, ist im Grunde einfach nur eine Behauptung. Der Straßenname steht für ein rassistisches Menschenbild. Das ist so, wow. Also, okay. Also erstmal, wir wissen immer noch nicht, welches Wort, aber diese M-Straße steht für ein rassistisches Menschenbild. So, die Verwendung im Stadtbild, und jetzt kommt's, das finde ich wirklich bemerkenswert, sät ein Nährboden für rassistische Gewalt. Also, wir stellen uns vor, Menschen gehen so durch die Straße, und dann sehen die die M-Straße, ja. Und dann denke ich, was? Ich hasse, wen auch immer. Und das finde ich so eine steile These. Ich hab grad einfach ein Getränk genommen, nichts getrunken und wieder hingestellt. Egal. Das finde ich eine wirklich steile These. Ich weiß nicht, kann man das in irgendeiner Form beweisen? Ist das, kann man diese Zusammenhänge, die hier gebildet werden, ist das in irgendeiner Form? Das sind ja Korrelationen, da wird ja jeder wirklich Verschwörungsgläubige neidisch. Also, die machen sich wirklich mehr Mühe, Zusammenhänge aufzustellen, wo es keine gibt. Es sendet an alle das Signal, dass wir als Gesellschaft der Dehumanisierung von schwarzen Menschen zustimmen. Also, ich, wow. Ich kann dazu gar nicht viel mehr sagen, weil es ist im Prinzip einfach so eine ausgesprochene, es sind mehrere ausgesprochene Behauptungen, ohne irgendeinen Beleg, dass das stimmen könnte. Was soll ich dagegen sagen? Das ist so, wie wenn jemand irgendwie einfach sagt, so, ja, ich glaube an Gott, weil es ihn gibt. Und dann sage ich, okay, da kann ich gar nicht mehr zu sagen, weil, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, es gibt ihn nicht oder so? Wir sind auch schon auf einem Level unterwegs. Okay, wie auch immer, ich finde ja, das ist einfach drüber, weil ich möchte mal versuchen, das gar nicht mal so negativ zu sehen. Also, wenn wir uns einfach nur der Frage mal widmen, im Übrigen, ich habe ja eine Vermutung, wofür das M-Straße steht. Ich weiß es nicht genau. Ich vermute Moorstraße oder so. Moorenstraße, Moorstraße, irgendwie sowas, glaube ich. So, und wir können uns ja durchaus der Frage widmen, sollten wir Straßennamen von Zeit zu Zeit mal ändern? Ja, und ich finde, da bin ich ja gar nicht verschlossen gegenüber. Also, natürlich, ich meine, Gesellschaften, Zeiten ändern sich. Wenn wir irgendwann alle der Meinung sind, dass ein bestimmter Straßenname einfach nicht mehr zeitgemäß ist oder so, dann können wir das doch ändern. Das ist ja gar kein, ich sehe da auch gar nicht so ein großes Problem. Mir ist nur wichtig, was ist die Begründung? Und mit dieser Begründung habe ich so ein ganz kleines Problem. Also, das ist mir irgendwie zu krass. Gut, war jetzt irgendwie so ein kleines Posting. Jetzt natürlich noch die Call to Action. Also, ich als Zuschauer soll natürlich auch irgendwas machen. Und jetzt, du, sollten Straßennamen mit rassistischen und kolonialen Bezügen umbenannt werden. Im Übrigen auch eine wieder letztlich eine Suggestivfrage, weil ja eben dann schon eben gesagt wird, Also, wenn ich die Frage höre, dann würde man tendenziell natürlich sagen, ja klar. Nur die Frage ist, ist halt die Moorstraße oder die Mohrenstraße, also wir hatten hier zum Beispiel einen Edeka in Bonn, der heißt Edeka Moor. Also, die heißen so. Das ist deren Familienname. Müssen wir den jetzt ändern? Oder, weil ich meine, wo ich dieses Wort sehe, das spielt ja keine Rolle. Also, am Ende, wenn die Theorie stimmt, dass wenn ich das Wort Moor sehe, dass ich dann rassistisch werde, wenn diese Theorie stimmt. Und dann müssen wir das Wort ja überall wegcanceln. Und dann sagen wir den Leuten, ja sorry, schwieriger Familienname. Bisschen schmierig. Du musst dich leider umbenennen. Also, irgendwie, ich habe gedacht, das kannst doch, also es ist schon wieder sehr, sehr strange. Also, hier auch natürlich, ja, sollten die Straßennamen umbenannt werden. Ja, wenn das so ist, meinetwegen können wir darüber debattieren, aber wenn es die M-Straße ist und wir wissen immer noch nicht, was genau ist eigentlich gemeint, weil WDR Cosmos natürlich uns nicht mitteilt. So, das ist so der eine Aspekt. Also, ich gehe nicht mit, das ist für mich schworbeleife diese Begründung, die da gestellt war. Grundsätzlich sage ich aber, klar, wir können darüber diskutieren, ob wir Straßennamen ändern. Wieso nicht? Jetzt gehen wir in die nächste Debatte rein. Und zwar dieses Ding, warum man den Namen nicht ausschreibt. Warum schreibt man nicht Mohrenstraße? Also, du siehst ja da auch schon wieder, es gab lange Zeit ja diese Debatte um das N-Wort. Ich sage es jetzt extra nicht, weil das Ganze hier auf Twitch und auf YouTube veröffentlicht wird und hier die Filter schon so ausgelegt sind, wenn ich das Wort sagen würde. Ich persönlich habe kein Problem damit, das Wort im Rahmen von Aufklärung und geschichtlichen Hintergrund zu sagen. Aber die Plattformen haben das nicht. Das heißt, ich muss mich dem jetzt schon fügen. Wir sehen aber bei dem Wort, da war das ja schon die ganze Diskussion. Und das ist das, was man eben beobachten kann. Es hört damit nicht auf. Es kommt das nächste Wort. Und jetzt, auch wenn das schon, wie gesagt, Familiennamen sind, gängige Familienname. Wie gesagt, das Moor ist ein ganz normaler Familiennachname in Deutschland. Dann auch da, es geht halt weiter. Und dann habe ich einfach nur, gut, jetzt kann man sagen, der kleine Provo Sini mal wieder. Ich habe da einfach gefallen, Milchstraße. Und dann kam von WDR Cosmo die Antwort, schön wär's. Also so weit, so erstmal so unspektakulär. Aber ich wollte ein bisschen mehr noch zündeln. Und ich nehme an dieser Stelle auch auf meine Kappe, ihr werdet es gleich sehen, meine Wortwahl ist natürlich ein bisschen frecher. Ich habe tatsächlich gerätselt, was das heißen könnte. Ob man die Namen ändert oder nicht, ist mir relativ egal. Kann man gerne diskutieren und darüber abstimmen. Aber dass man Wörter nicht mehr schreibt wie Voldemort bei Harry Potter, finde ich hochgradig albern. Wer als erwachsener Mensch Angst vor Wörtern hat, soll sich Hilfe suchen. Und ja, das meine ich ernst. Und wahrscheinlich kriegt Baba Bartonek jetzt schon wieder Schnappatmung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich finde das irgendwie so unglaublich infantil, dass man, also das ist Content gemacht von Erwachsenen für sehr wahrscheinlich Erwachsene. Und dann schreibt man sowas. Und im ganzen Beitrag wird nicht erklärt, um welches Wort es geht. Und das, ihr könnt mich Korinthenkacker nennen, aber wenn man nicht mal im aufklärerischen Kontext die Worte aussprechen kann, dann ist doch irgendwie, dann läuft die Aufklärung doch schief. Also das ist doch, das ist Voldemort. Das ist der Name, der nicht gesagt werden darf. So, ich habe dann, meine erste Vermutung war eben, dass das aus einem Klima der Angst gemacht wird. Man hat irgendwann, man hat sich geeinigt, man möchte das Wort nicht sagen. Und warum sagt man es nicht mehr? Nicht mal mehr im aufklärerischen Kontext. Ja, auch selbst wenn man in einem Setting ist, wo es alle verstehen würden, warum man das Wort gerade benutzt, dann benutzt man es trotzdem nicht. Und meine Vermutung ist, die Emotion Angst spielt da eine große Rolle. Die Antwort von WDR Cosmo war, wir schreiben diesen Begriff nicht aus, weil er eine rassistische Fremdbezeichnung ist, die wir nicht reproduzieren möchten. Angst reservieren wir ausschließlich für diese random großen Spinnen, die man zu dieser Jahreszeit immer mal wieder irgendwo in der Wohnung findet. Ich frage mich, ob das eine Antwort von ChatGPT ist. Schreibe eine Antwort und sei dabei ein bisschen lustig. Aber nur ein bisschen. Wie auch immer, also im Grunde wird hier gesagt, es wird widersprochen. Es ist nicht Angst. Ja, Angst ist nicht die Emotion, die das ausgelöst hat. Und jetzt gehen wir mal in ein Rabbit Hole. Und zwar, ich habe mich gefragt, was sind denn überhaupt, naja, was ist die Grundlage bei Menschen, um eine gewisse Handlung vorzunehmen? Also wieso entscheiden Menschen, was sie tun? Ja, meine erste Schlussfolgerung war ja, ich denke mal, dass das Emotionen getriggert ist. Und dann habe ich mal unseren lieben Freund ChatGPT gefragt, gibt es, also sind Emotionen immer die Handlungsauslösung? Also was wir jetzt sehen werden, sind die Antworten von ChatGPT. Ich fand die ganz schlüssig, deswegen möchte ich die einfach mal gerne mit euch teilen. Also es wurden mir dann insgesamt fünf mögliche, wie sagt man das denn, ja, fünf mögliche Antworten gegeben, warum es einen Handlungsantrieb gibt. Und eins ist eben Emotionen, ja. In vielen Situationen sind Emotionen starke Auslöser für menschliches Handeln. Gefühle wie Freude, Angst, Wut, Trauer und Liebe können Menschen dazu bewegen, bestimmte Handlungen auszuführen. Zum Beispiel Angst kann jemanden dazu bringen, eine Gefahr zu vermeiden. Freude kann motivieren, eine Handlung zu wiederholen, die belohnt wird. Und ich glaube, das ist auch, würde ich mal sagen, der Bärenanteil der Handlungen, die die Menschen so machen. Die sind in den allermeisten Fällen emotionsgetrieben. Und das ist auch das Beste, was man steuern kann. Deswegen haben wir ja so reißerische Headlines. Deswegen haben wir Panikmache. Vor allem sehen wir das dann zum Beispiel beim Rechtspopulismus, die immer mit sehr angstschürenden Überschriften arbeiten. Das haben wir aber auch während Corona gesehen. Also da wurde auch ein Klima der Angst erzeugt, um gewisse Handlungen in Gang zu setzen. Das funktioniert eben auch, wie es hier steht, bei Freude. Ist aber tatsächlich ein kleinerer, interessanterweise ein kleinerer Motivator. Also wenn du, also Angst ist einfach das ultimative Ding. Deswegen funktionieren ja auch so Horrormeldungen einfach immer wieder gut. Aber es gibt wohl noch mehr. Das ist, wenn man die Emotionen irgendwie überwunden hat, dann gibt es nämlich rationales Handeln als Beweggrund. Menschen handeln oft auch aus rationalen Gründen, die auf Logik, Vernunft oder pragmatischen Überlegungen beruhen, ohne dass dabei eine starke emotionale Komponente vorhanden ist. In diesen Fällen basieren Entscheidungen auf Abwägung, Kosten-Nutzen-Analyse und strategischem Denken. Zum Beispiel ein Mensch entscheidet sich, ein Geschäft zu gründen, weil es wirtschaftlich sinnvoll ist, nicht unbedingt, weil er starke Emotionen empfindet. Eine Person kann aus Pflichtgefühl oder aufgrund von Normen und Werten handeln, ohne dabei von einer spezifischen Emotion geleitet zu werden. Bin ich schon bei dem zweiten Absatz hier schon nicht mehr ganz einverstanden? Also Pflichtgefühl, da steckt ja schon das Wort Gefühl drin. Ist das dann noch so rational, ob ChatGPT hier einen sinnvollen Take gebracht hat, weiß ich nicht. Aber ich möchte mal zumindest anerkennen, also es gibt offensichtlich auch rationales Handeln. So, dann kommen wir zu Nummer drei. Gewohnheiten und automatisiertes Verhalten. Viele Handlungen sind das Resultat von Gewohnheiten oder automatisiertem Verhalten, bei dem keine bewusste emotionale Motivation vorliegt. Das ist dann, glaube ich, irgendwann, wenn man das eben wiederholt. Also wenn man dann immer wieder das zum Beispiel gendert, 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 dann macht man das vielleicht irgendwann. Das ist, glaube ich, die Hoffnung derer, die gendern, dass das dann in die Gewohnheit übergeht. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, weil es zu sperrig ist. Aber das ist so ein bisschen die Hoffnung. Und wir versuchen mal gleich diese fünf Möglichkeiten auf dieses Posting anzuwenden. Was denn jetzt der Grund sein könnte, warum man sich dafür entschieden hat, das Wort Moor nicht zu schreiben, sondern eben die M-Straße? Was war der Auslöser dessen? Das ist ja die Frage, die wir hier klären wollen. Ich hoffe, man kann mir noch folgen. So, weiter geht es dann noch. Dann gibt es instinktives Verhalten. Ich glaube, das können wir an der Stelle aber mal direkt ausschließen. Ich glaube nicht, dass die Entscheidung, ein Wort nicht zu schreiben, nur M-Sternchen-Sternchen-Sternchen, hat wenig mit menschlichen Instinkten zu tun. So instinktiv habe ich das so geschrieben. Ja, nee, Quatsch. So, und jetzt wird es interessant. Wir haben noch fünftens moralisches oder ethisches Handeln. Da kriege ich jetzt da ganz spitze Ohren. Es gibt auch Handlungen, die aus einem moralischen oder ethischen Antrieb heraus entstehen, bei denen Emotionen nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Ja, aber die stehen direkt in zweiter Reihe, würde ich mal behaupten. Eine Person könnte eine Handlung ausführen, weil sie der Überzeugung ist, dass es das Richtige ist. Unabhängig davon, ob sie dabei positive oder negative Gefühle empfindet. Den zweiten Teil finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube, wenn man die Überzeugung hat, das Richtige zu tun, ich würde mal behaupten, dass es immer mit einem positiven Gefühl verknüpft. Wer tut denn was? Ich tue das Richtige und es fühlt sich falsch an. Hä? Nein. Also, da hat ChatGPT auch vielleicht ein bisschen Sachen durcheinander gebracht. Jetzt bleibt ja eben die Frage, was war jetzt der Auslöser für WDR Cosmo, das Wort nicht zu schreiben. Ich behaupte, es ist eins, emotionales Handeln. Vielleicht auch irgendwie aus Angst, das zu schreiben. Dann würde ich sagen, auch fünf, aus moralischer Überlegenheit oder eben das Gefühl, das Richtige zu tun. Nummer zwei glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es hier eine rationale Handlung war, dass man sich wirklich mal hingesetzt hat und dann irgendwie überlegt hat, dass das sinnvoll ist. Weil es ist ja nicht sinnvoll. Es dient ja nicht der Aufklärung. Viele Menschen werden nicht verstanden haben, um welches Wort es sich handelt. Also, das kann es irgendwie nicht sein. Bleibt also eigentlich zu sagen, dass die Aussage, sie würden es, naja, nicht aus Angst machen, sondern einfach nur zu sagen, so, ja, wir wollen das nicht reproduzieren. Ja, gut. Was ist das dann? Also, das ist dann moralisches Handeln, so. Und ich bin eben immer so Team Nummer zwei. Ich würde versuchen, meine Handlungen immer auf Vernunft aufzubauen, auf Kosten-Nutzen-Abwägung und so weiter. Und ich habe noch dann einen ganz interessanten Clip gefunden, der meiner Meinung nach meinen Ansatz unterstützt oder bestärkt. Und zwar gibt es ein Interview von Samuel L. Jackson im Rahmen vom Film Django Unchained. Und in diesem Film kommt dieses böse N-Wort, was ich hier nicht sagen darf, sehr, sehr häufig vor. Und der Moderator spricht ihn darauf an, auf das N-Word. Und was dann passiert, das ist wirklich interessant. Wir gucken uns das mal an, wie reagiert Samuel L. Jackson. Also, es gibt sehr viele Kontroversen zu dem N-Wort. Und Samuel L. Jackson will ihn sofort auf der Reserve locken. Welches Wort ist das? None, nobody, das Wort ist was? Und jetzt hat er den Moderator. Und jetzt gucken wir mal, was ist denn jetzt die Reaktion des Moderators? Warum sagt er es nicht? Warum spricht er das Wort nicht aus? Ihr könnt mir sagen, welche Emotionen ihr hier seht. Also, ich bin da offen für Vorschläge. Er lacht ihn aus, weil er sich nicht traut, das Wort zu sagen. In einem Setting, was ja eigentlich sicher sein müsste. Und zwar, er sitzt einer schwarzen Person gegenüber. Es geht um ein Wort, was an einem Film sehr, sehr häufig gefallen ist. Es ist alles genau, also der Kontext ist da. Aber er sagt es nicht. Er sagt es auch nicht aus Gründen von Respekt. Er hätte es sagen können. Samuel L. Jackson saß doch da. Er hat Angst. Er weiß genau, da kann man mir vielleicht einen Strick draus drehen. Ich sage es besser nicht. Und das ist für mich die Emotion Angst. Welche soll das sonst sein? Das ist kein rationales Handeln. Das ist nicht. Erwachsene, rationale, denkende Menschen können sich hinsetzen. Die können alle Wörter sagen. Natürlich, wenn du das in den Kontext drückst, wenn du darüber sprichst. Das ist ja wirklich, das ist ja der Anfang vom Tod, wenn wir uns unserer eigenen Sprache berauben. Also das kann es nicht sein. Ich weiß gar nicht, wie geht denn der Clip eigentlich weiter? Würdest du sagen, nö, das ist nicht das Gleiche. Ich meine, es ist auch ein bisschen lustig zuzugucken, aber. Es ist auch geil. Es war eine gute Frage, wenn er sagt, nö, war es nicht. Es ist keine gute Frage, wenn du das Wort nicht sagen kannst. Es ist ein grandioses Interview. Ich finde das wirklich spannend. Und ja, jetzt könnte man ja immer noch abschließen. Wir haben bei diesem Posting jetzt von WDR Cosmo haben wir eben diese zwei Bereiche. Also einmal, wie gesagt, das habe ich ja abgeschlossen. Straßennamen ändern. Von mir aus kann man darüber diskutieren. Aber die Wörter nicht schreiben. Das finde ich ein bisschen strange. Und ich finde in den Kommentarspalten, ich meine, dafür ist doch Social Media da. Da können wir doch drüber diskutieren oder nicht. Und jetzt kommen wir in einen Abschnitt. Und der macht mir ein bisschen Angst. Das finde ich, das finde ich, das ist das, wo ich jetzt, wo es mir ein bisschen, ja, wo ich mir, wo ich so die Entwicklung der Gesellschaft und so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu groß aufbausche, aber hier passieren Sachen, die finde ich sehr, sehr, sehr bedenklich. Also, ich habe ja, ihr habt ja gesehen, was ich da drunter kommentiert habe. Ich habe gesagt, dass es, dass es was mit Angst zu tun hat und ich das nicht gut finde. Ich finde das ein bisschen albern und so weiter. Ich habe logischerweise nichts Schlimmes geschrieben. Ich habe, also, dass ich das jetzt überhaupt sagen muss, ist schon wieder so Panne. Aber natürlich war da nichts mit diesen begrümmten zwei Wörtern Hass und Hetze. Nein, ich habe darüber gestritten, diskutiert, was auch immer. So, dann kam als erstes mal so eine Antwort. Erstens bist du gar nicht betroffen, mein weißer Freund. Und zweitens geht es nicht um Erwachsene, die Angst haben, sondern um menschlichen Respekt. Dann wären wir wieder bei moralischen Handeln. Kinder sind auch davon tangiert. Okay, gut, das ist so eine Standardantwort. Du bist nicht betroffen, du darfst nicht mitreden. Und erst mal sowieso, du bist weiß. Für manche gehöre ich irgendwie doch noch zu POC-Familie aufgrund von türkischer, man weiß es auch nicht so genau. Und jetzt ist was Interessantes passiert. Weil unter diesem Posting viel diskutiert wurde, irgendwann kamen dann so bei mir, unter meinen Bildern, Kommentare auf einmal. Ja, da sahen wir dann zum Beispiel ihn hier. Ah, der Sinan hetzt immer gegen Schwarze und lächelt dann zum Schluss in die Kamera. Äh, was? Also, aus dem WDR-Cosmo-Beitrag dann, und dann ging es los. Der nächste Kommentar irgendwie, ach, meiner Meinung nach, also unter Bildern von mir. Ach, meiner Meinung nach sollte man nicht immer gegen Schwarze kommentieren. Sehr auffällig, wie häufig der Sinan die Rechte der Schwarzen untergraben möchte. What? Also, da passieren so Sachen. Äh, woher kommt das auf einmal? Und, und das ist etwas, ich hab da das letzte Mal schon erzählt, ähm, ich hatte auch dann eine, ähm, mehrere Freunde hatten mir geschrieben, dass, dass sie auf Instagram von mir gewarnt wurden. Also, dass sie dann private Nachrichten bekommen haben und so, dass ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, gegen Personen verhetzen würde oder, und, und das muss man sich wirklich mal ein bisschen überlegen, was da, ähm, dahinter steckt. Wir sehen das hier zum Beispiel noch, äh, genau hier war das, äh, der Account hatte dann geschrieben, ähm, der Kerl hetzt gegen Frauen im Internet und lacht über ihre Probleme, pass echt auf mit dem. Und, und, und das ist so, was züchten wir da gerade eigentlich ran? Also, dieses, diese Idee, ich gehe aufs private Umfeld. Wir waren eigentlich eben bei WDR Cosmo unter dem Beitrag bei einem Gespräch, wir haben miteinander diskutiert, wir haben Meinungen ausgetauscht und auf einmal wird's persönlich. Es wird versucht, das private Umfeld mit reinzuziehen. Es wird, ähm, es wird, ähm, es wird, ja, im Grunde ist das ja Diffamierung, das ist, äh, ich weiß nicht. Das ist, das ist so unter Druck setzen, das ist privates, ja, so Cancel-Versuche. Die Leute sollen sich von mir abwenden, weil irgendwie ich, und ihr habt die Beiträge ja gesehen, die ich bei WDR Cosmo geschrieben habe. Das ist nichts Schlimmes, du findest nichts Schlimmes. Und ich finde das wirklich, äh, also das, das fällt an mir halt vermehrt auf, dieses, dieses Vorgehen sofort irgendwie ins Private rein, ähm, sofort, also, ja, jetzt könnte man auch wieder sagen, Was ist hier die, äh, Handlung? Ja, ich vermute auch wieder Emotionen und zwar Wut. Ich denke mal, dass die wütend auf mich sind, dass ich es wage, da irgendwie zu widersprechen. Ja, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie ich damit umgehen soll. Ähm, ich hab dann mir zum Beispiel auch dieses Profil angeguckt von, von der Dame, die jetzt irgendwie meinte, meine Freunde warnen zu müssen. Und das ist irgendwie, ein Mädel aus Berlin, die, die sieht total nett aus, also, ähm, ganz normales Mädel. Und dann denke ich mir, okay, in, in was für einen Sumpf bist denn du gefallen, dass du, dass du jetzt glaubst, irgendwie, und jetzt sind wir wieder bei, ne, das, das Richtige zu tun, dass du glaubst, du müsstest jetzt so in so einen privaten Internetkampf gehen und dann so guerillamäßig so in die DMs von anderen Leuten sliden, so wie man das so schön sagt, also denen private Nachrichten schreiben und sie davor warnen. Also, das ist so, äh, das macht mich nachdenklich, weil, wenn, wenn so wenig ausgehalten wird an, an Widerspruch, ja, zu so einem Beitrag über die Mohrenstraße, wenn so wenig ausgehalten wird und sofort persönlich wird, jetzt kann man sagen, ja, das ist halt irgendwie Social Media. Ja, ich glaube aber, das findet in vielen Instanzen statt, das findet, das passiert dann nicht nur bei mir, das passiert dann bei vielen. Und das sind so, so Methoden, finde ich irgendwie eklig, finde ich nicht gut. Also, lasst uns doch lieber auf der Sachebene bleiben. Ich habe meine Argumente dargelegt, warum ich, äh, wie gesagt, der Meinung bin, dass man, dass man Wörter durchaus schreiben sollte. Einfach auch, ich finde, das ist auch ein Zeichen der Stärke, ja, die Worte zu benennen. Dann wissen alle, worum es geht und dann können wir anständig darüber diskutieren. Dass das immer so ins Private rutscht, ja gut, vielleicht ist das auch einfach den Preis, den man zahlen muss, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Wobei, äh, ich sagen muss bei Instagram, ich glaube nicht, dass die Leute vorher mein Profil gecheckt haben, die wussten gar nicht, wer ich bin. Das heißt, dieses Vorgehen, glaube ich, hat sich schon etabliert, das wird auch bei, bei Kleinstaccounts gemacht. Sofort in die Kommentare rein, Leute diffamieren, ähm, irgendeinen Scheiß reinschreiben. Ja, also mein, äh, letztes Call-to-Action-Ding hier am Ende des Videos, ganz klar, macht sowas nicht. Nein, also, wir müssen es doch irgendwie mal hinkriegen. Private, weiß ich nicht, Schmutzkampagnen müssen einfach nicht sein. Wir müssen es ja wirklich hinbekommen, ganz normale gesellschaftliche Themen irgendwie auf einem, auf einem anständigen Niveau miteinander auszuhandeln. So, das war mein Beitrag dazu. Macht's gut und auf Wiedersehen. Das war mein Beitrag dazu.